In diesem Video möchte ich über die Herausforderungen rund um das Themenfeld Learning Analytics reden. Denn diese sind vielfältig und durchaus komplex, vor allem auch weil verschiedene Fachdisziplinen gleichermaßen angesprochen sind und wir generell noch über wenig Erfahrungen verfügen. Aber auch wenn die Herausforderungen groß sind, gibt es durchaus Argumente für Learning Analytics Maßnahmen an einer Hochschule. Die werden dann im Anschluss eben kurz präsentiert. Wenn man nun über die Herausforderungen nachdenkt, kommt man im Prinzip auf sieben verschiedene Bereiche. Erstmals in der Literatur 2015 von meinem geschätzten Kollegen Mohamed Khalil und von Zai Gasewitsch 2017 zur Sprache gebracht, basierend auf die Idee des sogenannten Learning Analytics Life Cycles und vor allem bezogen auf die immer wiederkehrende kritische Reflexion der Maßnahmen. Die sieben Herausforderungen sind dabei folgende. Zweck und Nutzen. Zweitens Darstellung und Maßnahmen. Drittens Daten und Datenmodelle. Viertens die IT-Infrastruktur. Fünftens Entwicklung und Betrieb. Sechstens Privatsphäre und Datenschutz und siebtens Ethik. Die erste Herausforderung beschreibt also den Zweck und Nutzen einer Learning Analytics Maßnahme. Dieser hängt zusätzlich auch von der angesprochenen Zielgruppe ab. Während Studierende ihr Lernen verbessern und damit ihr Lernverhalten adaptieren wollen, könnte für Lehrende die Verbesserung der eigenen Lehrveranstaltung im Vordergrund stehen. Kurzum, es gilt, dass man sich zuerst sehr genau überlegen sollte, was der Zweck einer Anwendung sein sollte, mit welchen Nutzen. Die Herausforderung einer adäquaten Darstellung ist eine durchaus große. Auch wenn der Trend Richtung kleiner, übersichtlicher Visualisierungen geht, die in einem sogenannten Dashboardverein sind, bleibt immer noch die Frage, welche Daten man wie und warum visualisiert. Wird man in der Darstellung zu komplex, besteht die Gefahr einer Missinterpretation. Ist es umgekehrt zu trivial? Ist der Erkenntnisgewinn möglicherweise bescheiden? Erste Erfahrungen haben auch gezeigt, dass man gegebenenfalls Personen qualifizieren muss, um eine richtige Deutung der grafischen Aufbereitung sicherstellen zu können. Eine weitere Herausforderung sehen wir natürlich bei den Daten selbst bzw. den zugehörigen Datenmodellen. Es gibt überhaupt einmal zu evaluieren, wie diese Daten vorliegen. So könnten zum Beispiel diese in unterschiedlichen Informationssystemen liegen und man muss sie überhaupt erst einmal zusammenführen und so aufbereiten, dass sie weiter bearbeitet werden können. Auch bestimmt die Qualität der Daten mögliche Auswertungen und Interpretationen. Denn sind sie unvollständig, kann man möglicherweise keine Auswertung davon machen. Die Daten bilden gleich den Übergang zur eigentlichen digitalen Infrastruktur, die zwangsläufig notwendig wird, um auch rechenintensive Tätigkeiten durchführen zu können. Kann eine Hochschule diese selbst zur Verfügung stellen oder betreiben oder ist hier ein Zusammenschluss oder überhaupt ein Outsourcing notwendig? Neben der Verantwortung der Datenhoheit sind die Fragen des Betriebs, der Wartung zu klären. Dieser Punkt umreißt alle Tätigkeiten, die dann für eine Entwicklung anfallen und den anschließenden Betrieb. Es geht also um einen etwaigen Softwareentwicklungsprozess vom Prototyping bis zum finalen Produkt, einem etwaigen Reengineering oder die Adaption vorhandener Softwarelösung samt der Integration in vorhandenen Umgebungen. Danach geht es um den eigentlichen Betrieb, die Wartung der Software, die notwendigen Backups bis hin zur Weiterentwicklung. Hier stehen Risikobewertungen, Kosten-Aufwand-Nutzungsverhältnis stark im Vordergrund und das alles oft nur für Bereiche, wo noch nicht hinreichend Forschungsergebnisse vorliegen. Neben den bisher vermehrt noch sehr technischen Herausforderungen darf man bei all den Bemühungen das Thema Datenschutz und Privatsphäre keinesfalls vergessen. Das Thema ist im Zusammenhang mit Learning Analytics zentral, denn umfassende Datensammlungen lassen Auswertungen in sämtliche Richtungen grundsätzlich zu. Daher ist hier jedenfalls mit größter Sorgfalt vorzugehen und immer zu prüfen, ob man sich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegt, da es sich um Studierendendaten handelt und hier der Zweck der Analyse im Vordergrund steht. Sensible und personenbezogene Daten sind jedenfalls ausreichend zu schützen und jeglicher Missbrauch abzulehnen. Wir plädieren dafür, für absolute Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber den Lernenden. Zu guter Letzt führen wir noch in das wichtige Themenfeld Ethik ein, welches nun immer mehr in den Fokus rückt. Bis dato war es zumeist kaum notwendig, im Bereich von Lehr- und Lernanwendungen ethische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Durch die Verwendung von personenbezogenen Daten oder auch das Abspeichern dieser in einem laufenden Bereich bzw. die folgenden Interpretationen ist eine überrechtliche Gesichtspunkte hinausgehende ethische Betrachtung aber jedenfalls mitzubedenken. Lern- und Lehrdaten bringen gänzlich neue Aspekte auf, die jedenfalls einer kritischen ethischen Überprüfung zu unterziehen sind. Nach all diesen Herausforderungen und Gesichtspunkten könnte man nun schnell der Meinung sein, dass sich der Aufwand kaum lohnt, vor allem wenn man bedenkt, dass man viele unterschiedliche Expertinnen und Experten brauchen wird, um diese umzusetzen. Es gibt jedoch viele positive Argumente, warum Learning Analytics Maßnahmen in der Hochschule vom Morgen eine wichtige Rolle spielen sollten. Und das Wichtigste ist, damit wir die Lehr- und Lernqualität weiter verbessern können. Dazu können die Datenanalysen weitere Aufschlüsse geben und zusammen mit der alltäglichen Lehr- und Lernpraxis den pädagogischen Interventionen bzw. didaktischen Methoden ein weiterer Beitrag geleistet werden unter Bedachtnahme aller zuvor besprochenen Gesichtspunkte. Zusätzlich können noch folgende hilfreiche Aspekte aufgezeigt werden. 1. Learning Analytics soll helfen, den Lehr- und Lernprozess besser verstehen zu können. 2. Durch diese Maßnahmen soll der Studienerfolg verbessert oder im Umkehrschluss die Dropout-Rate verringert werden. 3. Die Maßnahmen sollen auch helfen, die Transparenz der Prozesse zum Lernfortschritt zu erhöhen und auch damit die Prüfungsaktivität zu steigern. 4. Selbstverständlich können solche Maßnahmen auch die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen stärken oder auch die Stakeholder weiter sensibilisieren. 5. Auch helfen diese Kenndaten, die aus den Maßnahmen gewonnen werden, zu guter Letzt auch Studienberatungen z. B. in Hinsicht auf Lernverhalten und Auswahl von Lehrveranstaltungen. Ich darf also abschließend nochmals zusammenfassen, welche Herausforderungen sich im Zusammenhang mit Learning Analytics ergeben und die jedenfalls zu behandeln sind. 1. Zweck und Nutzen 2. Darstellung und Maßnahmen 3. Daten und Datenmodelle 4. IT-Infrastruktur 5. Entwicklung und Betrieb 6. Privatsphäre und Datenschutz 7. Ethik Unter sorgfältiger Berücksichtigung dieser Herausforderungen können Learning Analytics an den Maßnahmen implementiert werden, um folgende Punkte weiter zu verbessern. 1. die Lehr- und Lernqualität 2. den Lehr- und Lernprozess 3. den Studienerfolg 4. die Transparenz 5. wissenschaftliche Erkenntnisse 6. die Studienberatung 5. Die Lehr- und Lernprozess 5. DPA 6. Tiefers 7. DPA 5. DPA 6. DPA 7. DPA